Hast du ihn gesehen? Der Druthan, ja, ja, genau. Da war er. A fistful of jam. Also, das kann ich schon... ...essen. Hast du Hunger? Gut. Ich hab drei Sachen drinnen. Mhm. Dann packe ich mal noch was rein, ne? Sehr gerne. Oh, ich hab ein Geschenk. Was ist es? Was ist es? A silky snowfall beard. Das klingt vielversprechend. Ich kann's nicht jetzt verwenden, sondern erst später. Warum auch immer. Aber ist gut. Ich bin einfach großer Fan davon, dich füttern zu können. Ja. Finde ich auch gut. Jetzt hab ich mittlerweile schon wieder ein Leben von 60 Punkten. Immerhin. Ja, voll gut. Immerhin. Was braucht man jetzt dafür, diese Alchemie-Maschine? Mhm. Alchemy Engine. Alter. Wir brauchen mal gut, Bretter und Steine sind jetzt nicht das Problem, oder Cutstone, aber Electrical Do-That. Do-Do-That. Do-That. Okay, dafür brauchen wir Gold und Cutstones. Das haben wir aber auch. Das haben wir eigentlich, glaube ich, ja. Gold ist in der Kiste. Wo ist denn das drinnen? Ah, hier. Das seh ich schon. Cutstone, genau. Gold haben wir da. Und Cutstone brauchen wir Rocks. Hast du... Ich hab dir, glaube ich, einen Rock gegeben, oder? Äh, ich hab 19. Ja, genau. Ich brauch bitte... Gut. Ich hab's dir alle gegeben. Nimm. Nimm alles. So. Jetzt kann ich die bauen. Dann brauchen wir jetzt... A2 brauchen wir von denen. Und... War... Feuer? Ja, genau. Huch. Das war knapp, aber wir haben's geschafft. Sehr knapp, ja. Und zwar brauche ich jetzt noch Cutstone und Bretter. Gut. Aber Pockets are full. Irgendwie habe ich echt zu wenig Platz die ganze Zeit. Wie machst du das? Ja, weil ich von allen Dingen immer nur eine Einheit hab. Oh, ah, ja. Der Klassiker. Kann ich hier nichts mehr reingraben? Nirgendwo mehr? Enttäuschend. Kann mit dem Pflanzen reden. Das klingt bei mir sehr interessant, wenn du das machst. Ja, bei mir auch. Du flötest ihnen etwas. Oh, der Chat hat gerade gesagt, man kann das aufheben. Guck mal. Was aufheben? Ja, die Maschinen, die wir gebraucht haben, benutzt haben, um... Hier, die hier in der Mitte standen. Ah, okay. Die kann ich quasi nochmal benutzen. Ach so, okay. Guck mal. Ja, praktisch. Wir können noch mehr anpflanzen. Oh mein Gott. Ich werde so eskalieren, ne? Ist dir klar. Sehr gut. So, wir haben die Alchemie-Maschine. Oh mein Gott. Und jetzt Healing. Disinfection. Till Weed. Salve. Self. Was auch immer. Mein Gott. Booster Shot. Da haben wir es. Für einen Booster Shot brauchen wir Rot. Nitra. Also, darf ich... Also, Nitra ist... Salbeta. Und... Stinger. Was ist ein Stinger? Gute Frage. Es ist eine... Vielleicht von einer Biene. Oh, Biene. Ja. Hätte ich jetzt fast vermutet. Wir müssen Bienen töten gehen. Aber es gibt so Bienen... Ähm... So, 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 so Imkerhüter. Mhm. Stimmt, ja. Die habe ich gesehen auch. Dafür brauchen wir Silk und Seil. Acht Silk und ein Rope. Ah ja, da herunten. Acht. Acht. Weißt du, wie viel das ist? Ja, wir müssen, glaube ich, ein paar Spinnen töten. Ich glaube, ich werde einfach noch mehr... Okay. Pass auf. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Spider-Ex. Ich werde die jetzt da anpflanzen. Wir machen unsere eigene... Ich töte mich doch. Ja, ich mache sie eher auf der anderen Seite herrüben. Okay. Extra so. Wir machen jetzt unsere eigene Spinnenfarm. Die eigene Sp... Ich habe das Gefühl, es wird unfassbar schief. Nein. Was kann denn... Was kann da schon schief laufen? Ich vertraue dir. Das ist der nächste Anfängerfehler. Nein, ich vertraue dir. Wir sollten vielleicht auch noch... Wir sollten vielleicht auch noch...